Sie fliegen durchs Weltall, aber Sie können keine Holztür öffnen? Oh, hör zu! Der Keller ist der sicherste Platz. Frauen und Kinder sollten sich hier verschanzen. Entschuldigung. Und die Männer gehen raus und kämpfen. Genau. Und wie lange geht man noch als Kind durch? Na komm schon, Bewegung! Los, Lena!